Willkommen in der Welt des ultimativen Häuserkampfes. Sie sind keine gewöhnlichen Hausbesitzer. In dieser Welt kämpft jeder Einzelne um sein Überleben. In einem Wettkampf gegen die Zeit und den Drohnen bankrott. Doch Vorsicht, die Kohärenz schläft nicht. In diesem erbarmungslosen Spiel gibt es keine Gnade, keine Sicherheit. Es steht alles auf dem Spiel, ihre Träume, ihr Ruf. Am 9. September 2023 um 14 Uhr treffen sie aufeinander, um ihre Geschäftstaktiken und Fähigkeiten im ultimativen Monopoly-Squeam zu zeigen. Seien sie dabei, wenn Nico, Ricky und Benjamin sich in diesem epischen Duell messen. Drei Elmins-Toren, drei Schicksale, ein Ziel, die Spitze zu erklimmen. Einmalige Ereignisse.